Hi Leute, hier ist wieder Sven von Case Tester Blog. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier mal wieder mein iPhone 12 Pro Max liegen. Und in diesem Video geht es mal wieder um eine besondere Hülle. Und zwar um diese hier, die Urban Armor Gear UAG oder auch UAG, wie auch immer ihr es haben wollt. Das ist wieder eine besondere Hülle, denn erstens ist die ziemlich dick und zweitens ist die ziemlich teuer. Ja, was diese Hülle alles kann, was für Nachteile, welche Vorteile die hat und für wen das Ganze geeignet ist, das finden wir jetzt in diesem Video heraus. Und in der Videobeschreibung ist der Link zu meinem Blog. Dort könnt ihr draufklicken. Dort habe ich euch verlinkt, wo ihr diese Hülle auch kaufen könnt, bei Amazon. Und wir packen das Ganze jetzt mal aus. Ja, ach so, okay. So, schmeißen wir das mal weg. So sieht die Hülle aus. Die hat hier so ein Carbon noch mit drin. Das hier ist, ja, das ist so ein hartes Plastik. Hier an der Seite haben wir hartes Gummi, was auch ein bisschen dicker ist. So, gekauft habe ich mir das Ganze auf Amazon für 55 Euro. Ja, ich weiß, das ist teuer. Das ist wohl diesem Carbon hier zu schulden und natürlich auch der Marke, die ist nämlich auch schon ziemlich bekannt. Und ja, am Schluss müsst ihr natürlich selber wissen, ob ihr so viel Geld dafür ausgeben möchtet. Erster Vorteil, wir haben hier natürlich einen sehr, sehr guten Schutz, denn ihr seht, das Ganze ist ziemlich dick. Ich packe das Ganze mal rein, aber bevor ich das rein tue, komme ich nochmal auf den Innschutz hier zu sprechen. Hier haben wir so ein Wabenmuster, nenne ich das jetzt mal drin. Das heißt, kommt ein Sandkorn hier zwischen, wird das hier ein bisschen festgehalten. Entschuldigung, das heißt, es kann hier nicht so sehr herumrutschen. Natürlich wäre es besser, wenn ihr hier so Mikrofaser drin hättet, wie manche Hersteller das machen. Dann bleibt so ein Sandkorn hier wirklich hängen. Hier bleibt es vielleicht hängen, kann euch im schlimmsten Fall die Rückseite allzerkratzen. So, packen wir das Ganze mal rein. Und so schaut das dann aus. Ja, natürlich, wie gesagt, sehr, sehr guter Schutz. Wir haben hier richtig dicke Ecken. Das heißt, fällt einem das Ganze mal so hin, man hört, dass das ist richtig gut gefedert. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Das Ganze ist auch ein Hardcase durch dieses Plastik hier. Wie gesagt, die Seiten sind aus Gummi. Das federt natürlich richtig schön, sollte einem das Ganze mal runterfallen. Ja, wir haben auch einen Displayschutz hier drin. Ihr seht, das Ganze steht hier ein bisschen rüber. Heißt, fällt das mal so runter. Braucht ihr euch auch keine Sorgen machen, dass das Display oder das Panzerglas kaputt ist. Natürlich nur, wenn die Oberfläche, wo das drauf fällt, gerade ist. Wenn ihr jetzt hier so ein kleines Steinchen legt, ist euer Panzerglas natürlich kaputt. Ich habe hier übrigens auch ein Panzerglas drauf. Nächster Vorteil, wir haben einen Kameraschutz. Jetzt auch die Linsen können nicht aufliegen, weil die Hülle hier ein gutes Stückchen drüber steht. Ungefähr zwei Millimeter. Auch die Knöpfe lassen sich super bedienen, haben auch einen hörbaren Druckpunkt. Obwohl die ganze Hülle so dick ist, lassen sie sich trotzdem noch gut bedienen. Das ist bei anderen manchmal nicht so der Fall. Die Aussparungen sind auch alle gut getroffen. Hier wird nichts verdeckt. Und der letzte Vorteil, ihr könnt damit auch kabellos laden. Jetzt habe ich mal wieder diesen MagSafe-Book hier. Ich packe das Ganze mal so ungefähr drauf. Das Problem ist, man muss diesen Punkt da hinten genau treffen, damit das Ganze überhaupt lädt. Und natürlich treffe ich ihn jetzt nicht richtig. Aber gut, ich habe es ausprobiert. Es funktioniert auf jeden Fall auch durch die Hülle. Aber das ist auch ein Nachteil, wozu wir gleich zu sprechen kommen. Erster Nachteil. Das Ganze ist mit über 50 Euro natürlich sehr teuer. Müsst ihr selber wissen. Das Ganze ist nicht kompatibel mit großen Panzergläsern, so wie ich das jetzt hier drauf habe. Wenn ich nämlich hier an der Seite mal anfange, ein bisschen zu drücken. So, da haben wir auch schon eine Luftblase, die kleine, die da kommt. Da oben kommt auch schon ein bisschen was. Also das ist sozusagen das Problem. Wenn ihr das Ganze irgendwie in der Hosentasche habt und es wird hier mal so richtig drauf gedrückt irgendwo, dann kommen unter dem Panzerglas halt kleine Luftblasen. Ihr kennt es wahrscheinlich sicher von so richtig dicken Hüllen. Das ist natürlich nicht so schön. Nächster Nachteil. Oder auch der letzte Nachteil. Das kabellose Laden funktioniert zwar. Allerdings muss man richtig diesen Punkt treffen. Und halt solche MagSafe-Geschichten, die halten hier leider überhaupt nicht mehr dran. Also da kann man machen, was man möchte. Gerade auch so bei diesen Autohalterungen, die mit MagSafe funktionieren, geht das Ganze leider nicht mehr. Ja, das waren die Vor- und Nachteile von solcher Hülle. Kommen wir mal zum Fazit. Für wen ist überhaupt so ein Case gedacht? Die Hülle ist nicht auf Ästhetik ausgelegt, sondern auf reinen Schutz. Jemand, der im Büro arbeitet, wird solch eine Hülle weniger gebrauchen, als jemand, der zum Beispiel auf dem Bau oder Ähnliches arbeitet. Schade finde ich es nur mit dem Panzerglas, dass so ein wichtiger Schutz wieder genommen wird. Oder man lebt halt mit diesen Luftblasen. Ja, das müsst ihr am Schluss selbst wissen. Also ich muss hier schon richtig drücken, damit hier das Panzerglas ein bisschen hochkommt. Also vielleicht habt ihr auch Glück damit. Oder ihr nehmt halt ein kleineres Panzerglas, was halt nicht genau bis in die Ecken reingeht. Müsst ihr halt selbst entscheiden. Aber an sich wirklich eine gute Hülle, wenn ihr Schutz braucht. Da kann man nicht meckern. So, das war es auch schon wieder mit einer neuen Hülle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, werdet Abonnent, würde mich riesig freuen. Dann verpasst ihr solche Videos nämlich nicht mehr. Und wie immer, bis zum nächsten Video.